ich habe hier ich muss diese Spur nachgehen ihr habt einen coolen Partnerlook ja danke die Spur für mich hier hier ist sie die Spur schau schau soll ich für dich tanzen soll ich für dich soll ich für dich mein Arsch wiggeln wir sind hier nicht im Strip wiggeln 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 das ist ein nächstes Outfit Mango ja du hast wegen gefühlt was wollen sie was wollen sie hier machen da wird wer an den Pranger gestellt ich hab den mit Tomaten gefüttert schaut so hungrig aus wer tötet jetzt wer schmeißt den jetzt da rein ok 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 passt 3 Leichen Patrick tot Namco tot Naja, ich wollte einfach nur klopfen und gucken, ob irgendwas passiert ist und die Augen scheinen geschehen. Ähm, Entschuldigung, Daniel, kurze Frage. Hast du irgendwie in Mathematik früher nicht aufgepasst? Nach links ist er gelaufen? Wie in Mathematik nicht aufgepasst? Ich kam von rechts, bin runtergelaufen, nach rechts hoch. Nein, hast du in Mathe irgendwie nicht aufgepasst? Du hast gesagt, drei Leichen. Zähl doch mal nach. Achso, vier um rechts, Entschuldigung. Zähl auf! Boah! Also, ich möchte mal kurz erklären. Da ist grad mal Bilder passiert. Okay, Amarillo ist böse. Wir stehen da zu dritt. Ich sag so, komm, wer schmeißt jetzt Xera in den Ofen? Ich glaube, wir sind zwei Rote und drei Gutes, aber Amarillo ist böse, der klingt ein bisschen böse. Der versucht die Zeit runterzureden und zu vertuschen, wo die Leute sind. Die sind alle nach links gelaufen, alle vier. Und mindestens Amarillo ist auch nach links, glaube ich, gelaufen. Vorne hat Xera in den Ofen geschwitzig, aber auch selbst reingefallen. Das ist mir sehr sicher. Der war uns auch umgefallen. Bei Amarillo. Das sah so lustig aus. Drei Leichen. Dann. Und Freundschaft macht auch gerade hier alles laut und so. Ich glaube, die beiden könnten sogar Teammitglieder sein. Teammitglieder? Ich rät die Loofhacken gerade. Nein, ich freue mich einfach nur. Ich habe die Loofhacken geredet. Die sind alle drei Pomme umgekippt. Und zwei sogar noch in den Ofen. Wenn dann Lara dabei sind, ne? Und ja, kann auch alles möglich sein. Ich wollte gerade auch in den Ofen schmeißen. Aber, falls jemand aufgepasst hätte, wenn das so passiert wäre, wie du es erzählt hast, dass du gleich reportest. Ja? Was? Xera, sorry nochmal. Ich wollte gerade sagen, ich wollte schon immer mal rausfinden, ob der Sheriff da mit reinfällt oder nur der, den man umbringt. Alles gut. Alles gut. Schatten. Schatten. Lick mich.